Ich war im Vorfeld skeptisch, aber es war wirklich trotz Bildschirm und Kopfhörer den ganzen Tag spannend. Also man konnte, man hat es irgendwann vergessen und der Austausch war auch sehr, sehr gut. Man sitzt trotzdem zusammen. Also es hat schon seinen Charme natürlich. Ich würde ihr empfehlen. Versuch's, nimm's mit. Man lernt auf jeden Fall was dazu.